So, hauen möchtet ihr mal mit, ihr zwei haben wir noch. Hallo meine Lieben, mein Name ist Professor Gabriel Esquadr. Mr. Gravity. Auf wen haben wir denn heute alles an Bord? Irgendjemand Berühmtes, irgendjemand Unbekanntes? Nein? Doch, nicht. Aber das tut jetzt nichts zur Sache. Kommen wir zu unserem Experiment, falls noch jemand gehen möchte. Pech gehabt. Wir müssen Zeitung erstarken und Tiefen und Hit. Übrigens, haben wir sagen lassen, dass Menschen dieses Experiment nicht überleben können. Aber das geht mir schon auf halblose Vermutungen. Wenn ihr seid, komm, ihr schafft das. Dann wollen wir mal ein bisschen zählen. Ein bisschen Sauerstrom. Wo ist das so wichtig? Ah ja. 22. Er hat hier. Er hat Stecker rein. So, und noch den Himmel umlegen. Los geht's. 22. Er haten, auf jeden Fall. Er hat hier. Und dann noch den Himmel umzusetzen. Und dann noch den Himmel. Oh ja. Oh ja. Ah ja. 23. Er hat hier. Ah ja. 23. Er hat hier. Wo ist das so wichtig? Er hat immer noch gehalten. Ja. Ah ja. Ah ja. Ah ja. 20 Liter Alarmatik Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Lupino! Goddard Fenster! Alles ok? Ihr seid alle zu geil! Ich will alle Hände sehen! Alle die Hände der Hobel! Ich will alle Hände sehen! Ihr seid alle zu geil! Ich will alle Hände auf! W후 sin seineante Werdee! Dann mach er das! Ein Wubúc! Ein Wubúc! Das war's für heute. Oh, 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 oh.